Die Firma Elster hat sich in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt von kleinen Einfamilienhausbaustellen und kleinem gemeinnützigen Wohnbau hin zum Angebot schlüsselfertiger großer Wohnbau, aktuell beauftragt mit Stadtwerk Lehn, derzeit parallel Wohnanlagen mit 67 Einheiten, 58 Einheiten, 80 Einheiten. Und diese Wohnanlagen machen wir alle schlüsselfertig. Das ist eine unserer Spezialitäten. Stadtwerk Lehn ist die Weiterführung des Hundenparks. Wir haben uns im großen Sektor manifestiert. Wir haben zwei Monate am Beinhard verhandelt. Das wird in den nächsten zwölf Monaten im Rohbau, in den nächsten 24 Monaten schlüsselfertig von uns errichtet. Und wir freuen uns schon auf diese kommende spannende Aufgabe.